Herzlich Willkommen in der Buchanan Manz am Kohlmarkt 16. Mein Name ist Thomas Eismenger und ich habe Ihnen heute einige Empfehlungen mitgebracht. Erinnern Sie sich noch, als Alexander van der Peen die Bundesverfassung für Releganz gerühmt hat? Jener Text stand von einem der bekanntesten Juristen des 20. Jahrhunderts, von Hans Kelsen. Ihm hat Thomas Olichowski seine umfangreiche Biografie, erschienen bei Moir Siebeck, gewidmet. Hans Kelsen, Biografie eines Rechtswissenschaftlers. Einen anderen, aber ebenso spannenden und kurzweiligen Zugang hat Pia Blankensteiner gewählt, mit ihrer Graphic Novel, gezeichnet Hans Kelsen, erschienen im Manz Verlag. Homeoffice ist in aller Munde und dieses Thema wird uns wohl noch länger beschäftigen. Ich persönlich kenne mich wenig damit aus, habe auch wenig damit zu tun, jedoch Freunde und Bekannte aus dem Verlag haben mir gesagt, wenn ich etwas darüber wissen will, da werden alle wichtigen Fragen behandelt. Im Praxishandbuch Homeoffice von Felten und Trost, erschienen im Manz Verlag. Durchs Reden kommen die Leute zusammen. Nun, das kennen wir alle, diesen Spruch. Und das im wirklichen Leben oft ganz anders ausschaut, auch das ist uns bekannt. Und deshalb freue ich mich sehr darüber, über das neue Buch von Jakob Lieb, Kommunikative Kompetenz, 36 Mentalistenkniffe für Führungskräfte. Erschienen im Campus Verlag. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bald persönlich am Kohlmarkt 16 in der Buchhandlung Marms. Schauen Sie doch in der Zwischenzeit bei unseren Social Media Kanälen vorbei. Über ein Like wird man uns selbstverständlich freuen. Bis bald, Ihr Thomas Eisenmenger. Das war's für heute. Bis bald, Ihr Thomas Eisenmenger.